Schönen guten Morgen, gerade aufgewacht, da muss ich doch kurz eine Nachricht draus mitteln. Es ist ja Dienstag und das ist ja normalerweise ein etwas langsamer Tag, deswegen fangen wir mal mit was Gemütlichem. Israel ist immer noch, Ukraine, was haben wir denn für wichtige Themen? Ach ja, Kalifat, schon mal, auch gut, aber eigentlich das Einzige. Der Drachenlord schließt seinen Discord oder droht damit. Der Post von heute vom Herrn Lord, gut, damit ist der Discord jetzt gelöscht. Ach, ist er schon, okay. Wenn der Discord jetzt schon gelöscht ist, wundert mich, wo die Nachricht herkommt. Naja, gut. Da anscheinend auch einige für diesen Monat ihre Abos gekündigt haben und ich jetzt mit Tipi klären muss, mein Gott, diese Rechenschreibung, muss ich die, die das Geld für die bereits geleisteten Vorteile bekommen habe, habe ich beschlossen. Moment, Moment, Moment. Moment, da anscheinend auch einige für diesen Monat ihre Abos gekündigt haben und ich jetzt mit Tipi klären muss, dass ich die das Geld für die bereits, mit Z, geleisteten Vorteile bekomme, bekomme, habe ich beschlossen, dass ich den Discord früher schließe als gedacht. Okay. Und da heute der 30. ist, kann sich wohl kaum jemand beschweren, dass er oder sie oder es keine Vorteile bekommen hat, mit F-Vorteile. Damit ist auch die Zeit des Discords vorbei. Juhu. Wir nähern uns dem Ende zu. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Für alle, die mich weiter unterstützen möchten über Tipi, gibt es die Möglichkeit immer noch. Hab auch Vorschläge gemacht. Ja, genau. Da könnte auch mal irgendwie die Nervenheilanstalt, könnte auch schon mal da auf Tipi gucken, wer da spendet. Dann habt ihr gleich neue Kundschaft. Wer macht denn sowas? Ehrlich. Vorschläge gemacht. Aber es gibt keine Vorteile mehr. Jedenfalls nicht, solange ich mich aus dem Internet zurückziehe. Das heißt, Minimum bis zum 01.01.2025. Ich werde diese Nachricht noch etwa eine Woche stehen lassen. Dann ist der Discord ganz gelöscht. Ich danke euch dennoch und es tut mir leid für all die Wegen, der Kurzsichtigkeit der Hater nun leiden müssen. Was haben denn jetzt die Hater damit zu tun, nur weil, dass er zu faul ist, sich im Discord um seine Leute zu kümmern? Also, wenn er dafür schon Geld verlangt. Mein Kampf gegen Mobbing ist hier natürlich nicht zu Ende. Doch ich werde mir den Rest des Jahres Gedanken machen und einen neuen Ansatz ausprobieren. Ja gut, das braucht natürlich auch Zeit. Folgt mir, falls ihr es noch nicht macht auf Twitter, wo ab und an mal was kommen wird. Und folgt mir im Blog. Auch da wird es weiterhin noch Möglichkeiten geben. Links findet ihr zu beiden hier. Katze hat auf meinem Gesicht gepennt. Wir schnupfen. Ja, wisst ihr Bescheid. Also Discord gibt es bald auch nicht mehr. Beziehungsweise es gibt dann damit nicht mehr die Verpflichtung des Drachen oder dieses Gefühl im Hinterkopf zu haben für ihn. Vielleicht sollte ich da mal hin, weil die Leute haben dafür bezahlt. Aber, ähm, ja, was soll's. Was soll's. Schönen Dienstag wünsche ich euch allen. Vielleicht sieht man sie später noch live. Dann aber mit eventuell wichtigeren Themen. Auf Twitch, glaube ich. Nee, auf Twitch. Ich weiß es nicht mehr. Kommt drauf an, worauf man reagiert. Alles ist ja auf YouTube nicht möglich. Okay, tschüss.